Jawohl Leute und da bin ich wieder mit Pokémon Blau nach sehr langer Zeit. Und irgendwie, na egal. Also, dieser Part, den ich hier mache, der ist jetzt, ja, neu aufgenommen. Den gab's schon mal. Wahrscheinlich werden sich die wenigsten davon daran erinnern. Das war der Part, wo ich mich mit der Musik probiert hab. Aber zum Glück hatte ich doch keinen Save gemacht damals. Ich hab zwar gesagt, ich mach einen Save in-game, aber hab ich nicht. So. Ja. Pokémon sind wie damals, ich hab ja nichts daran gemacht. Also von daher müssen wir jetzt hier wieder rein. Jetzt mit normalem In-game-Sound. Ohne irgendwelche Musik. Nicht, dass ich einen Strike kassiere. Ich bin da sehr vorsichtig geworden. So, Gary, komm her. Hallo, Ash, was machst du hier? Seine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Aha. Was denkst du? Ich hab gar nicht mehr aufsteckend gekämpft. Na, der Boga, ne? Der Boga ist ja gar geil. Ich hab ne Dorino eh, selbst Level wie deiner. Mal gucken. Ähm, haben wir eine Attacke. Druck zu geben. Du spinnst wohl, mir so viel abzuziehen. Hihi. Das wird nix bringen. Wie kann man in den Pokémon so ne scheiß Attacke beibringen? Das bringt doch gar nix. Wirbelwind ist doch völlig für ein Popo. Bevor ich wieder bei Pokémon ausfallen werde, was eigentlich nur bei Mario Kart der Fall ist. Voll toll. Yes, baby. Oh, wei. Mal gucken, die Dorina. Bla, 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 bla. Nehmen wir... Na, die Dorina, mach mal. Oh, wei. Oh, wei, oh, wei. Die Dorina. Body Slam. Bam. Okay, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht hypnotisieren. Bitte nicht. Die darf nicht einpinnen. Yes, paralysiert. Oh, ist da keine Wirkung. Oh, der kommt schon. Ach, nö. Scheiße. Lidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidli. Wach auf. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Jetzt wacht die nicht mehr auf. Sorry für diese... So. Vorspulerei. Oh, Gerardus. Ja, versuche ich mal mit dieser Knost. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht auch irgendwie eine neue Generation anfange mit Farbe. Also Pokémon Feuerrot oder Blattgrün. Aber ich habe das ja eben noch offen, also werde ich es auch machen. Wir haben jetzt auch Farbe hier, wie ihr sehen könnt. Hm, okay. Check. Und zwar auch nicht allzu viel. Oh, nö. Scheiße. Pikachu. Wieso habe ich die nicht gleich benutzt? Ich muss doof sein. Ja. Juh, hopp. Ich habe auch hier nun Farbe ins Spiel gebracht, in dieses Spiel. Hehehe. Es sieht einfach stylischer aus. Versuch mal. Ja. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Mew ist einfach zu geil. Und, ja, scheiße, ne? Das Madbo wird kaputt gehen. Ich weiß nicht, ich habe es gewusst. Du Sau. Hier. Oh, du kriegst ein Wuppstrahl in deine Fresse rein. In your face, bitch. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ja, danke. Mich auch. Wie macht sich dein Pokédex-Kumpel? Seit wann sind wir Kumpel? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Du, 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 du. So. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Ja, Omi, ich weiß. Hier müssten wir gegen diese Weiber da kämpfen, was wir allerdings noch nicht können. Da wir eben dieses Silphscope brauchen, sonst ist Kämpfen absolut sinnlos. Aber richtig sinnlos. Weil sonst die Geister einfach nicht erkannt werden. Alpolo zum Beispiel oder so. Das heißt, ich muss sowieso raus. Jetzt wird erstmal geheilt hier. Poké. Yeah. Ich habe auch schon überlegt, meine Pokémon umzubenennen, die ich habe, aber ich wüsste nicht, wie ich sie benennen soll. Ich hatte ja an Let's Player gedacht. Gibt es ja einige. Aber naja. Kann ich ja auch euch entscheiden lassen, eigentlich. Mein Team ist noch nicht, ähm, noch nicht fertig. Es ist der Übergang, weil es bleibt nicht so. Ich werde die, wie sie sind, nicht behalten. Also Mew und Bisei Knosp wahrscheinlich auf jeden Fall werden drinbleiben. Bei den anderen, ähm, weiß ich noch nicht. Pikachu vielleicht, wenn er Raichu ist, auch noch mal sehen. Jetzt wird alles grün, so. Jetzt kämpfe ich mal gegen sie hier. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Entweder Pipi oder Pummeluf. Pummelig muss Pummeluf sein. Göre möchte kämpfen. Pipi. Pff. Wie gesagt, Pipi oder Pummeluf, vielleicht jetzt auch beide. Hornattacke. Ins Face, Mann. Okay. Heuler. So was hätten wir, haben meine Viecher schon lange nicht mehr drin. Ich brauche doch keinen Heuler. Wenn sie stärker sind, machen sie sich so oder so platt. Ob Heuler hin oder her. Weg bist du. Dann bleib mal da drin. Bleib mal drin. Ne, ich will nicht tauschen. Bleib drin. Wipi. Pipi, pipi, pipi. Oh. Bibi. Dann heul mal schön. Ach, nö. Wach auf, Nidorino. Wach auf, wach auf, wach auf. Schlafen kannst du noch, wenn du unter Erl liegst. Komm. Oh, Mann. Ich habe dich gerade geheilt. Jetzt bist du schon wieder hier am Arsch. Sei nicht so gemein zu Pipi. Ich habe gehört, Pipi entwickelt sich, wenn man ihm einen Notstein gibt. Ich laufe jetzt aber nicht zurück, nur um den zu heilen. So. So geht das nämlich auch. Nächster. Der hat Musik wie vom Team Rocket. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Na und? Mach Geld dich glücklich? Also nur? Wenn man genug Geld hat, ist man schon, wie ich finde, in gewisser Weise nicht glücklich. Man muss nie die Angst haben, dass man jeden Cent zehnmal umdrehen muss, um sich was leisten zu können. Wenn mir jemand sagt, Geld macht nicht glücklich, dann liegt er total auf dem Holzweg. Zumindest aus meiner Sicht. Na komm. Fulcano finde ich total toll. Gibt es in blau eigentlich Fulcano? Ich dachte, den gibt es nur in rot. Ja genau, Wulpix gibt es in blau. Fulcano nicht. Den gab es, glaube ich, in rot. Was ich scheiße finde. Ich hätte rot spielen sollen, anstatt blau. Aber ich werde mir die Pokémon wahrscheinlich sowieso alle holen. Was ich 150 habe am Ende. Sprich, ich werde sie mir cheaten. Ich habe schon mal... Och nö, nicht brennen. Scheiße. Ich habe mir schon mal so einen Cheat rausgesucht. Mit dem werde ich mir dann später die Pokémon, wie man eigentlich tauschen müsste, reinholen. Auf jeden Fall. Ich möchte mal alle voll haben. Hatte ich nämlich noch nie. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Aber ich. Glückspieler und Pokémon haben eins gemeint. Man kann nicht damit aufhören. Es wird Nidorino erstmal wieder geheilt. In einem Brand. So. Ich brauche kein Fahrrad. Ich brauche nur die Speed-Taste. Dann geht das alles. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Und starke Pokémon. Was bringt dir die Strategie, wenn deine Pokémon nicht sind? Slimer. Boah. Ist genauso wie Smogon ein Pokémon, das ich nicht wirklich mag. Ich fange die halt alle nur für den Pokédex. Nicht, weil ich sataniere. Ich setze sie auch gleich aus, weißt du. Ah, nee, ist ein Rastgel. Mit dem Halsband um, bist du irgendwann gekettet und fertig. Slimer. Tschüss, Slimer. Ja, komm, wechseln. Nidorina. Danke. Wie kann Slimer auf Level 22 schon... Also Slimer überhaupt sein. Das geht aber nicht. Paralysiert. Sehr gut. Ich dachte schon. Hätte ja sein können, dass er den Bodyslam kaputt macht. Denn nochmal wird es nicht klappen. Tschüss. Slimer. Nee, du bleibst drin. Ich will dir ja levelmäßig bis auf Mew jetzt eigentlich alle gleich halten. Mew wird eh immer weiter vorne sein, weil ich ihn öfters als Universalwaffe einsetze. Er ist auch eine Waffe, also für den braucht man echt einen Waffenschein. Tschüssi. Yay, 26. Nice. Die Werte sind gar nicht so schlecht, finde ich. Ich habe verloren, das ist nicht logisch. Alles ist irgendwo logisch. Slimer kämpft als erstes und dann... Ja, frag mich, was leichteres ist. Ich weiß es nicht. Du bist dran. Die Schule macht Spaß. Pokémon zu trainieren, aber auch. Ach du, Hans Streber. Die Schule macht Spaß. In der Grundschule, ja. Aber dann hört schon auf. Was hast du denn, Genis? Und ich... Oh Gott. Bah, fui. Ich muss den noch austauschen davon. Da musst du mit wo rein. Das ist doch immer schneller hier. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Na, verpiss dich. Was hast du noch zu verkommen und geh zur Schule? Wo gehst du deine Mami? Wir sitzen hier fest, weil Saffronia City abgeregelt wird. Die wollen eure Hackfressen sein. Ich sehe das, wir lassen es euch nicht rein. Okay. Das MacBook kommt nach vorn. Mew ist außen vor. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Äh, ja. In der Tat. Die, 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 die. Göre möchte kämpfen. Göre setzt haupt sie ein. Mich wundert, dass mein Emulator überhaupt nicht mehr spinnt. Komisch. Das wundert mich echt. Na gut, äh, Konfusion. Wahrscheinlich auch, weil ich Fraps... Also, ähm... Die, die Priorität des Emulators und von Fraps umgestellt habe. Prozess-Dings da. Ihr wisst schon, was ich meine. Nö, bleibs drin. Fraps hat halt die ganz niedrigste Prozess-Dings-Priorität und, äh, der Emulator höher als normal. Damit klappt's eigentlich ganz prima, muss ich sagen. Richtig gut. Der hat fünf Viecher? Da sollte ich mich beeilen. Die Zeit gilt nämlich knapp. Lü, 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 gut, dass das effektiv ist. Motiv! Nein! Hier in der Generation weiß ich noch was, gegen wen effektiv ist es ungefähr. Bei den meisten. Aber irgendwie später hört's auch dann auch schon auf, weil ich hab nur Rot-Gelb und Blau als Kind durchgespielt. Schon richtig gespielt. Ich hatte auch Silber, hab's durchgespielt, aber ich hab bei weitem nicht alles gefangen. Also, ich hatte da Lugia und die war genauso wie Mew hier meine Einsatzwaffe für alles. Die hat alles plattgehauen. Ja, danke fürs Paralysieren. Du greifst ja jetzt an, so. Ich hab zwar Silber durchgespielt, aber naja. Danach nix mehr. Also, der war Schluss. Der Wachposten von Saffronia City ist so gemein. Er ist los nicht in die Stadt. Er wird wissen, wieso. So, und bevor ich... Ich bin hier nicht so weit gekommen wie ein paar davor. Im letzten Mal, aber egal. Bevor ich weiter kämpfe gegen diese Göreda, werde ich einen Cut machen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Bart von Pokémon Blau. Bye, bye.